Achso, achso! Ihr braucht Geld! Ich habe eine Idee, wie man Geld machen kann. Ein Haufen Geld. Wir haben nur zwei Minuten, um mit dem Aufzug in das zweite Kellergeschoss zu fahren. Wer ist der Flüchtling? Schön! So, das kann ich euch anbieten. Ich hoffe, ihr habt nicht zum nächsten Sklavenmarkt. Ich gebe dir genau eine Woche Zeit und keinen Tag mehr. Verdammter. Musst du die Karate-Schule schließen? Seid ihr sicher, dass ihr das im Griff habt? Allah bin er. Ich stecke in der Scheiße. Ich brauche einen Unterschlupf. Ich muss so schnell wie möglich das Land verlassen. Warum hast du sie nicht angehalten? Uah! 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 Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich muss rabbit nicht nachdenken. Ich habe denة Pilzen gelassen. Knochen stand.